Zeitlupe Filmische Wiedergabe einer Szene in stark verlangsamter Geschwindigkeit Ich würde die strittige Szene gerne noch einmal in Zeitlupe sehen. Erst in der Zeitlupenaufnahme wird deutlich, dass das Handspiel außerhalb des Strafraums erfolgte. Wie in Zeitlupe bewegt sich das Tier auch seine Beute zu. 1 1 2 1 2 3 5